Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir bleiben beim Konjunktiv 2 beim irrealen Wunschsatz. Nun die dritte Möglichkeit mit ich wünschte. Das ist schon Konjunktiv. Sie brauchen also das doch zur stärkeren Bedrohung nicht. Bitte sprechen Sie mir nach. Beispiel. Ich habe leider nur eine kleine Wohnung. Ich wünschte, ich hätte eine größere Wohnung. Ich habe leider nur ein ganz altes Fahrrad. Ich wünschte, ich hätte ein moderneres Fahrrad. Nummer 2. Leider habe ich einen sehr langsamen Computer. Ich wünschte, ich hätte einen schnelleren Computer. Dann könnte ich besser arbeiten. Nummer 3. Ich habe nur eine niedrige Rente. Ich wünschte, ich hätte eine höhere Rente. Nummer 4. Ich habe körperlich harte Arbeit. Ich wünschte, ich hätte körperlich weniger harte Arbeit. Und Nummer 5. Wie viele heute habe ich einen unsicheren Arbeitsplatz? Ich wünschte, ich hätte einen sicheren, noch sicheren Arbeitsplatz. Ich sage Ihnen Tschüss. Bis zur nächsten Übung.